Hallo und herzlich willkommen zum vierten Alpcast, dem Podcast von der Alpen Academy. Heute sprechen wir, wie ihr im Titel sicher schon erkannt habt, über das Thema Hass am Berg. Obwohl Hass ja eigentlich ein Thema ist, über das man nicht so gerne sprechen möchte, weil es einfach eine negative Stimmung verursacht und weil es einfach einen negativen Eindruck hinterlässt, ist es trotzdem meiner Meinung nach wichtig, über ein Thema zu sprechen, gerade wenn es so in der letzten Zeit hochflammt und immer wichtiger wird. Was natürlich schade ist, weil manche Themen sollten tatsächlich nicht wichtiger werden, wie zum Beispiel zunehmender Hass am Berg. Daher sollten wir heute über dieses Thema mal sprechen und wie ich darauf gekommen bin, das kann ich auch gleich mal erklären. Als dieses Frühjahr, beziehungsweise als im Frühsommer quasi, durch Corona sehr viele Leute neu mit dem Bergsport angefangen haben und neu sich mit den Bergen im Allgemeinen und Wandern beschäftigt haben, da ist es dazu gekommen, dass wir ja deutlich mehr Menschen in den Alpen empfangen haben, als das in den Jahren zuvor der Fall war. Also die Hüttennächtigungen wurden deutlich mehr, es gab viel mehr Anrufe auf den Hütten, es gab viel mehr Wege, es gab viel mehr Auslastung in der Gastronomie und so weiter. Es ist also messbar, dass es viel mehr Menschen gab. Und ich fand das damals schon sehr interessant, weil ich mir die Frage gestellt habe, was sind das eigentlich für Menschen, die jetzt in die Berge kommen? Schließlich waren sie ja bis jetzt auch nicht da und jetzt fangen sie an zu wandern. Sie machen jetzt eine wahnsinnig tolle und schöne Sportart, das Bergsteigen im Allgemeinen. Und warum haben sie das vorher noch nicht gemacht? Und dann habe ich mich ein bisschen mit den Menschen auseinandergesetzt, habe mich auch auf den Bergen direkt mit ihnen sehr viel unterhalten, mit verschiedensten Menschen, natürlich jetzt keine super repräsentative Studie daraus gemacht, aber zumindest noch ein bisschen einen Einblick erhalten in den Querschnitt, so ein bisschen einen Querschnitt bekommen vom neuen Bergsteiger. Und warum ist das jetzt interessant für den Hass am Berg? Über Massentourismus haben wir ja eigentlich schon gesprochen. Es ist insofern relevant, als dass diese Menschen mit diesen Menschen in den Bergen, mit der Ankunft dieser Menschen, der Hass in den Bergen ganz klar zugenommen hat. Und warum ist das jetzt nicht so unglaublich auffällig für den Otto-Normal-Bergsteiger? Naja, erstens mal, Hass spielt sich sehr stark in sozialen Medien ab. Und jetzt haben nicht alle Menschen Social-Media-Profile und vor allen Dingen nicht alle Menschen Facebook. Und gerade Facebook ist ja wirklich der absolute Sammelsurium an Hass, kann man sagen. Und ich habe mich aber immer gefragt, warum das eigentlich beim Bergsport nicht so stark ist. Zumindest in den Jahren davor, vor 2020. Bergsport kam mir immer als eine sehr idyllische und eine sehr, ja, ich würde fast schon sagen, friedliche Sportart vor. Es gab keine, es gab schon Konkurrenzdenken, aber das war alles mehr auf einer freundlichen Basis. Und jetzt habe ich mittlerweile das Gefühl, es gibt zwei Lager. Es gibt ein Lager, das sind die Elite-Bergsteiger und dann gibt es ein Lager, das sind die Urlauber und die Hobbywanderer quasi. Und gerade letztere sind natürlich im letzten Jahr, haben sie sich explosionsartig vermehrt. Und ich finde das weder gut noch schlecht, es ist einfach jetzt so und man muss sich jetzt darüber Gedanken machen, wie diese zwei Gruppen miteinander umgehen. Und wie man sieht, gehen diese Gruppen miteinander wirklich, wirklich schlecht um. Also ich habe mir das jetzt eine Weile angesehen, auch in den sozialen Medien ungefähr sechs Monate lang, habe ich immer wieder Threads verfolgt und muss ehrlicherweise sagen, ich bin schockiert. Ich bin vor allen Dingen etwas enttäuscht oder sehr enttäuscht von der selbsternannten Bergsteiger-Elite, wie sie sich oftmals selbst bezeichnen oder zumindest wie sie sich inszenieren. Denn immer wenn man Fragen stellt als Unwissender, dann kommt dann quasi immer jemand, der es einem nicht nur erklären will, sondern einem auch gleich zeigen will, was er nicht alles kann. Und das ist damit für mich die selbsternannte Elite. Und diese selbsternannte Elite, die wurde letztes Jahr, also im Jahr 2020, wahrlich penetrant und vor allen Dingen aber auch immer unhöflicher. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt das denn? Meine Spurensuche fing so ein bisschen im ursprünglichen Bergsteigen an. Also ich habe mich sehr, also ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass ich mich in die 60er und 70er Jahre zurückbegeben habe, aber ich habe mich auf jeden Fall in die Zeit zurückbegeben, als Bergsteigen noch kein Tourismusprogramm war. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was für Intentionen da diese, heute würde man vielleicht Elite-Bergsteiger dazu sagen, oder vermeintliche Elite-Bergsteiger, was die Intention war, für die in die Berge zu gehen und ihre Projekte zu unternehmen. Und da bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass die oftmals deshalb unterwegs sind, weil sie Ruhe suchen, weil sie eine sportliche Herausforderung suchen, aber auch, weil sie einen gewissen Hang zum Narzissmus haben. Und gerade je schwieriger diese Projekte auch wurden, desto öfter findet man narzisstische Persönlichkeiten in diesen Gebieten. Und das ist insofern interessant, da ist ja mittlerweile auch ganze Literaturgebiete über das Thema Bergsteigen und die Psyche von Bergsteigern gibt, beziehungsweise die Auseinandersetzung mit den Bergsteigern. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz tolles Buch mit dem Titel Zwischen Flow und Narzissmus. Da geht es zwar primär um den Klettersport, aber er ist genauso auf das Expeditionsbergsteigen oder einfach das durchschnittliche Bergsteigen in den Alpen anwendbar, dieses tolle Buch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das zu Hass, wenn ich jetzt einfach nur in den Bergen unterwegs bin und meine Ruhe und meine Einsamkeit genießen möchte und einen Platz für mich haben möchte und für meine Projekte und vielleicht auch zum Ausleben des Narzissmus irgendwo. Und ja, ich bin irgendwo dann zu dem Entschluss gekommen, naja, die Einsamkeit und vor allen Dingen dieser Freiraum, der wurde diesen Menschen jetzt irgendwie genommen. Und er wurde ihnen nicht, also es ist nicht nur passiert, indem die Menschen kamen, sondern vor allen Dingen, indem die Menschen gezeigt haben, wie einfach Bergsteigen eigentlich ist, was für eine niedrige Einstiegsschwelle es gibt. Und gleichzeitig haben diese Menschen aber auch gezeigt, wie anspruchsvoll und gefährlich Bergsteigen sein kann. Wenn man sich die Unfallstatistiken anschaut, dann sieht man das ganz klar, dass die Unfälle mehr werden, weil die Menschen mehr werden, aber auch prozentual werden sie mehr. Obwohl man ehrlicherweise dazu sagen muss, ganz exakt kann man das natürlich nicht messen, weil man weiß nicht, wie viele Personen auf die Zahl genau dieses Jahr, das vergangene Jahr in den Bergen waren. Jetzt wurde ihnen nicht nur der Freiraum geraubt, sondern jetzt wurde ihnen auch gezeigt, dass vieles, was sie machen, gar nicht so besonders ist. Und Narzissmus hängt auch immer so ein bisschen mit dem Profilieren zusammen, hängt auch ein bisschen immer damit zusammen, dass man irgendwem gegenüber etwas darstellen oder vielleicht sogar beweisen möchte. Und das geht in den sozialen Medien natürlich super. Wenn man sich anschaut, jemand war auf einem Berg, auf einem x-beliebigen Berg, der sehr dramatisch ausschaut, sagen wir jetzt zum Beispiel mal, oder generell einem schwierigen Berg, sagen wir jetzt einfach mal, er war auf der Ruderhofspitze, einem vergletscherten Berg. Dann postet der sehr eindrucksvolle Bilder von den umgebenden Bergen, umliegenden Bergen, aber auch der Ruderhofspitze selbst, dem Aufstieg, dem Grat und so weiter. Einfach Erlebnisse und Ereignisse am Berg werden dokumentiert und dann in den sozialen Medien gepostet, um auch irgendwo zu zeigen, schaut mal, was ich gemacht habe. Und das ist natürlich irgendwo eine Subart, beziehungsweise das kann schon irgendwo auch ein Symptom des Narzissmus sein. Also dass man hier sagt, ich möchte mich irgendwie zeigen, ich möchte Anerkennung haben. Und das ist ja auch noch nicht unbedingt narzisstisch, dass man Anerkennung haben möchte, aber es ist schon teilweise sehr außergewöhnlich, es hat außergewöhnliche Ausmaße angenommen. Und das wurde auch letztes Jahr deutlich mehr. Und jetzt kamen dann aber diese neuen Bergsteiger, diese Touristen, die Leute, die nicht aus dem Bergland kommen, sondern vielleicht aus dem Flachland und jetzt einfach quasi als Urlaubsalternative die Berge sehen. Da kommen sie aus Norddeutschland, aus Ostösterreich, aus Tschechien, aus Polen und da machen sie dann auf einmal die gleichen Sachen. Und jetzt passieren eben zwei Dinge. Es gibt Talente, die schaffen das dann trotzdem, wofür quasi dieser selbsternannte vermeintliche Elite-Bergsteiger Jahre gebraucht hat, um sich das aufzubauen, um quasi selbst den Mut zu finden, das mal zu probieren. Und er sagt sich selbst natürlich auch, dass das unter seinen Startbedingungen viel schwieriger war, als jetzt in der heutigen Zeit, weil jetzt, weiß ich nicht, weil jetzt die Tour gespurt ist zum Beispiel, wenn man jetzt von Skitouren spricht und so weiter. Und das Spannende ist jetzt, dass diese Menschen, die das jetzt plötzlich auch schaffen, es teilweise erfolgreich machen und dann auch posten. Diese Menschen sind ja stolz darauf, weil sie wissen, dass das eine außergewöhnliche Leistung darstellt. Aber dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch noch die Bergsteiger, die scheitern und die aufgrund der fehlenden Erfahrung und aufgrund der fehlenden Kenntnisse teilweise tragisch scheitern. So tragisch, dass Bergrettungseinsätze nicht ausbleiben und dass vor allem auch tödliche Auseinandersetzungen am Berg stattfinden. Und jetzt findet der Elite-Bergsteiger quasi, der vielleicht auch etwas narzisstisch angehauchte Bergsteiger, in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien, die Gelegenheit, diesem neuen Phänomen, das ihn persönlich kränkt, dass viele Leute plötzlich das tun, wofür er in der Vergangenheit noch als außergewöhnlicher Mensch galt, viele Menschen das nun nachmachen können. Und er muss sich da irgendwie dagegen verteidigen. Das ist ja auch eine gewisse Art des Selbstwerts, die da angegriffen wird. Und was dann passiert, ist, dass er ein gefundenes Fressen findet. Also er findet jemanden, an dem er das festmachen kann, dass das alles negativ ist. An den Anfängern. Und nachdem die Anfänger sowohl ein kleines Problem sind, als auch sein persönliches Problem, sind die Anfänger natürlich eine tolle Zielgruppe, in der man sagt, ist ja schön, dass die jetzt alle da sind, aber schaut euch mal die ganzen Unfälle an. Es gibt ja nur Probleme mit den Anfängern. Und ich möchte nicht darauf hinaus, dass Anfänger natürlich eine schwierige Gruppe von Bergsteigern am Berg sind, und natürlich gefährlich sind für sich selbst, aber auch für andere Bergsteiger und vielleicht auch sogar für die Bergrettung. Aber Tatsache ist, dass wir alle einmal Anfänger waren. Also wir haben alle irgendwo begonnen und wir mussten alle unsere Grenzen und unserem Komfortbereich immer etwas weiter rausschieben, bis wir quasi an unserem aktuellen Stand angekommen sind. Also wir sind nicht als Naturtalente auf die Welt gekommen, auch wenn das natürlich so manchem Individuum ganz schwer fällt, das zu glauben. Gerade diese genannten Bergsteiger haben oftmals diese Attitüde zu sagen, dass sie das als Privileg sehen, dass sie das dürfen. Und jemand, der das quasi noch nicht, so wie er seit 12 oder 20 Jahren macht, der darf das einfach nicht. Weil der darf das nicht können, weil wofür hat er denn dann? Wofür hat er denn dann 12 bis 20 Jahre lang trainiert oder geübt? Wofür hat er denn 12 Jahre lang versucht, sich seine eigenen Grenzen nach oben zu verschieben, wenn es plötzlich jemand anders in ein oder zwei Saisons schafft. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen unglaublich kränkt. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das sei einmal dahingestellt, diese Persönlichkeiten kränkt es und sie lassen ihren Zorn in den sozialen Medien frei, weil sie da auch mehr Gleichgesinnte finden können. Und jetzt passiert aber auch in den sozialen Medien etwas, denn die sozialen Medien sind für alle da und die Ostösterreicher und die Norddeutschen oder halt eben alle Leute, die aus dem Flachland sozusagen im Sommer, aber jetzt auch im Winter dann über die Skitouren wieder in die Alpen rotieren werden, die posten viel in den sozialen Medien, die wollen sich in den sozialen Medien äußern, die wollen auch eine Projektionsfläche haben für ihre Leistungen. Und sie werden dadurch, dass sie jetzt mehr geworden sind im Jahr 2020, haben sie eine große Masse in diesen ursprünglich elitären Gruppen und Seiten auf Facebook und so weiter erhalten. Und jetzt ist das quasi wie bei Braveheart, jetzt stürmen da mittlerweile zwei Fronten aufeinander gepaart. Und es ist in jedem Fall sehr skurril. Und ich möchte das Ganze, ich habe da was fotografiert, nämlich eine Diskussion, also eine Antwort eigentlich auf eine Frage. Es ging nämlich darum, dass eine Person sich darüber beschwert hat, dass Leute in einer gewissen Facebook-Gruppe immer beschimpft werden, wenn sie Fotos von Pistentouren posten. Also wenn sie von Skitouren, also sprechen, aber eigentlich Fotos von einer Piste, die sie eben als Pistenskitour hinaufgehen, posten. Da werden sie immer wieder mal beschimpft, weil das sind keine Skitouren und das darf man in einer Skitouren-Gruppe nicht posten. So, eine Person hat sich darüber eben etwas nicht aufgeregt, aber sie fand das sehr traurig und hat dem Ganzen ein bisschen Luft gemacht, indem sie gepostet hat, ja, also sinngemäß, dass sie das schade findet, dass das hier keinen Platz haben darf. Denn eigentlich ist doch Sport Sport und Natur ist Natur und Skitouren, das ist doch ein dehnbarer Begriff. Warum reserviert sich eine Gruppe diesen Begriff jetzt zu einer gewissen Art von Sport? Und auf diesen Post gab es eine Antwort, und ich möchte euch diese Antwort jetzt mal vorlesen, ohne einen Namen zu nennen, Zitat, Das ist keine Skitour und auch kein gemeinsames Hobby. Punkt. Ihr seid Pistenberg-Aufgeher, was auch legitim ist, solange ihr nur dort geht, wo es auch zulässig ist. Zitat Ende. Natürlich relativiert diese Person im letzten Satz all das wieder mit dem Ausruf, was auch legitim ist, aber man darf trotzdem nicht den Eingangssatz vergessen. Das ist keine Skitour und auch kein gemeinsames Hobby. Es gibt also wieder diese Distanzierung von Menschen, die sich als etwas Besseres fühlen oder als etwas anderes darstellen möchten, als andere. Das Interessante ist, dass diese Person, die das gepostet hat, auch immer wieder Fotos postet und generell auch ein sehr gehässiger Mensch in dieser Gruppe ist, aber er ist halt kein Einzelfall. Also ich habe, das ist jetzt einer von Hunderten und damit, ich meine das ernst, Hunderten Kommentaren, die ich gescreenshotet habe, von denen ich Fotos gemacht habe, nicht von dieser Person, sondern von verschiedenen Personen, von vielen verschiedenen Personen. Ich habe selten eine Person zweimal mir den Inhalt des Kommentars gespeichert. Also es sind wirklich viele Menschen. Und es läuft aber immer auf dasselbe heraus. Ich habe mir das jetzt diese Woche nochmal alle so ein bisschen überschlagsartig durchgesehen, was ich mir da abfotografiert und gespeichert habe. Und das habe ich nicht gemacht, weil mir so langweilig ist, sondern das habe ich gemacht, weil es mir wichtig ist, die Menschen zu verstehen. Ich möchte diese Debatte unter Bergsteigern verstehen. Ich möchte wissen, warum wir heute eine Neid, eine Hass- und eine Missgunstdebatte auf den Bergen führen. Und vor allen Dingen, warum wir das vielleicht vor zehn Jahren noch nicht gemacht haben, vor fünf Jahren noch nicht so sehr und heute eben so, wie es ist. Und mich macht das Ganze ehrlich und zutiefst traurig. Ich bin ein Mensch, der sich mit allen Menschen am Berg unglaublich gut verstehen möchte. Ich bin jemand, der es sehr schätzt, dass wir ein gemeinsames Hobby haben. und es ist mir vollkommen egal. Ungeachtet des Berges, ungeachtet der Situation, es ist mir vollkommen egal, mit was für Voraussetzungen hier jemand am Berg ist. Wenn das ein Anfänger ist, dann sehe ich es für ihn als eine Chance zu lernen, zu sehen, was man können muss und wo die eigenen Grenzen liegen. Und wenn das ein Profi ist oder einfach nur ein Könner, dann ist es schön, sich mit jemandem zu unterhalten, der vielleicht am selben Level ist oder auf einem viel, viel höheren Level ist, um vielleicht etwas zu lernen. Aber ich muss das auch aus der anderen Perspektive betrachten. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, naja, die bösen, bösen, alteingesessenen Bergsteiger, die elitären Gruppen, die von sich selbst glauben, dass sie die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Ich muss es auch aus der Perspektive eines ganz durchschnittlichen Bergsteigers sehen, der vielleicht auch Schwierigkeiten in der Kommunikation hat. Wenn ich ein Bergsteiger bin, der seit Jahrzehnten ziemlich allein oder relativ allein vielleicht auch etwas egozentrisch am Berg unterwegs ist und plötzlich sind da sehr viele Leute und teilweise auch Leute, die auf der Suche nach einer gewissen Form von Kommunikation und Austausch sind. Es sind ja viele Neulinge in den Bergen unterwegs, die Fragen haben, die Ängste haben, die Überlegungen anstellen und Ideen haben. Und es ist eine Traurigkeit zu sehen, dass diese Ängste nicht abgeholt werden, also dass die Menschen an ihren Fragen scheitern, weil sie niemanden vor Ort finden, der mit ihnen tatsächlich darüber reden möchte. Und ich verstehe die Bergsteiger, die seit 20 Jahren dabei sind, dass sie das nicht möchten, weil das ist schließlich mehr oder weniger ja nicht ihre Aufgabe und das mussten sie die letzten 20 Jahre auch nicht machen und vielleicht sehen die jetzt einfach nicht ein, dass sie das jetzt machen müssen. Aber ich bin der Meinung, dass es dem Konsens, dass es dem Bergsteigen per se nicht schaden würde, wenn wir deutlich freundlicher miteinander umgehen würden, wenn wir aufhören, die Touristen und die Bergsteiger und die Urlauber zu differenzieren und zu zerteilen und sich jeder einer Gruppe zuordnet, um einfach nur der anderen Gruppe dann zu sagen, dass sie nichts hier verloren haben. Und ich kann viele Bergsteigeranfänger, also viele Anfänger im Bergsport allgemein, ob das jetzt Wandern oder Klettersteiger oder Alpinklettern ist, sehr gut nachvollziehen, wenn sie sich einfach unwohl fühlen in den Bergen, wenn sie deutlich erfahreneren Personen begegnen. Denn sie müssen immer die Angst haben, dass sie ungefragt Kritik kriegen. Sie müssen immer die Angst haben, dass sie eine Diskreditierung als Urlauber erfahren, obwohl sie eigentlich gerade in diese Welt eintauchen wollen. Und das alles nur, weil die Person, die ihnen gegenübersteht, nicht in der Lage ist und auch nicht willens genug ist, diese Person zu akzeptieren, als jemanden, der noch nicht auf dieser Stufe ist wie er. Und dabei rede ich aber von einer vermeintlichen Stufe. Denn viele selbsternannten Experten sind ja meistens deutlich blöder, als sie glauben. Also viele Leute, die ich in den Bergen sehe, die sehr gerne viele Ratschläge erteilen und austeilen, sind oftmals die, die selbst eigentlich vieles missachten, was man am Berg beachten sollte. Und wenn man ihnen das dann sagt, dann hört man meistens, dass sie ja Profis sind und dass sie das nicht machen müssen, weil wenn man ein Profi ist, dann kennt man sich ja aus und dann kann man vieles weglassen. Und ich finde das immer wunderschön, wenn ich sowas höre. Wenn ich sowas zum Beispiel beim Alpinklettern höre, dass man ja, wenn man weiß, was man tut, dann muss man zum Beispiel in die Seilenden beim Abseilen keine Knöpfe reinmachen, weil die wissen ja, was sie tun. Die haben das ja schon hunderttausendmal gemacht. Und ich finde es fast und etwas schön, wenn ich dann jedes Jahr lese, dass es unter diesen ganzen Experten immer wieder Alpinunfälle in diesem Bereich gibt, beim Abseilen über das Seilende hinaus abgeseilt zu haben und abgestürzt zu sein. Wenn jemand, der von sich selbst und gegenüber Anfängern behauptet, ein Experte zu sein, auf Dinge verzichtet, weil er der Meinung ist, dass er das nicht notwendig hat, dann ist das sehr bezeichnend. Ich sage jetzt einfach nur bezeichnend, wenn genau diese Personen dann verunfallen, womit sie dann zu der Personengruppe werden, die sie normalerweise am Berg am häufigsten und am lautesten kritisieren. und ich finde es ist eine Art der Respektlosigkeit, wenn man sich so gegenüber dem anderen verhält, als würde man selbst quasi wie eine Gotteserscheinung am Berg stolzieren und Ratschläge verteilen können und mit dem Wissen oder mit dem vermeintlichen Wissen, dass einem selbst nichts passieren kann, weil man selbst dafür viel zu elitär ist. Und die andere Sicht ist natürlich, also diese Menschen, die elitären Bergsteiger argumentieren dann oft damit, dass die Anfänger wollen ja nichts lernen, wenn man denen was sagt. Die werden gleich schnippisch und die regen sich gleich auf, dass man ihnen ungefragt Ratschläge gibt und die wollen das eigentlich gar nicht hören und die glauben ja eh, alles besser zu wissen und so weiter. Also da geht man direkt in eine sehr, sehr defensive Haltung, wenn man ihnen sagt, also da kommen gleich die Vorwürfe quasi in die andere Richtung und so zerteilt sich die Gesellschaft am Berg dann etwas. Die einen wollen nicht mit den anderen reden, weil sie Angst haben, quasi als Anfänger abgestempelt zu werden und damit schlechter behandelt zu werden und die anderen reden mit den einen nicht, weil sie glauben, dass die sowieso keine Ratschläge hören wollen. Und so geht man eben schweigsam und sehr still nebeneinander her auf einen Berg und betreibt aber eigentlich ein und denselben Sport, ohne zu wissen, dass man es auch in Freundschaft oder zumindest in Einigkeit und Gemeinschaft machen könnte, ohne sich die ganze Zeit negativ gegenüber dem Rest der Welt zu verhalten. Und ich frage mich, ob das so sein muss und vor allen Dingen mit Blick auf die kommende Sommersaison, wenn wir dann vielleicht auch einen Impfstoff haben oder die Reisefreiheit eben wieder mehr gegeben ist durch die leichtere Situation mit Corona, wie das dann sein wird, wenn die Deutschen vielleicht jetzt viele eben, die erkannt haben, dass der Sommerbergsport eine wahnsinnig schöne Angelegenheit ist. Und es wird immer mehr Leute geben, die in Zukunft auch Hochtouren gehen wollen, denn das ist eine ganz klassische Entwicklung. Wir haben Wanderer, die fangen an, zwei, drei Jahre lang beschäftigen sie sich mit dem Thema Wandern, dann gehen sie vielleicht auch mal weit wandern und dann wollen sie aber irgendwann mal auf den hohen Bergen stehen, denn bis jetzt sind sie ja immer nur durch die hohen Berge durchgeschlängelt und haben sie sich von unten angesehen und irgendwann wollen sie natürlich auch oben stehen. Und dann machen sie das in einer Saison mal mit Bergführer und dann oftmals zum Ende der Saison wollen sie das dann selbst können. Das heißt, irgendwann werden sie auch zu einer Gruppe von Bergsteigern, die alle Fähigkeiten haben und ich sage jetzt eins gleich vorweg, sie werden definitiv die reflektierteren Bergsteiger im Vergleich zu denen, die vor 40 Jahren angefangen haben und heute der Meinung sind, dass sie alles können und alles besser wissen. Und tatsächlich ist es so, dass ich schon diverse Male eine Konfrontation mit Bergführern hatte, die auf einem Berg ihre Gruppe geführt haben und der Meinung waren, dass ihre Kenntnisse und ihr Handeln als eine Art der Projektion der Perfektion darzustellen ist und auch zu betrachten ist. Also alle Leute müssen das Vorgehen eines Bergführers quasi nicht nur als vorbildlich, sondern auch als absolut korrekt sehen. Und das ist ein Bild und das muss ich jetzt ganz klar und hart formulieren, das ist zum Beispiel am Großglockner ein Riesenproblem. Die Bergführer, die einem ständig erklären, dass man alles falsch macht. Und das sieht man, also das geht weg von leicht ablässigen oder herablassenden Bewertungen und herablassenden Meinungen gegenüber Bergsteigern ungefragt bis hin zu wirklich Wüstenbeschimpfungen und Beleidigungen. Und da reden wir davon, dass Menschen nichts falsch gemacht haben, sondern vielleicht einfach nicht schneller sind als die Bergführer oder nicht so sicher unterwegs sind. Und ich frage mich stets und ich werde diese Frage, ich werde auf diese Frage nie eine Antwort bekommen. Ich habe die auch schon elitäreren Bergsteigern gestellt und ich habe bis heute keine befriedigende Antwort bekommen, nämlich die Frage, wie sollen eigentlich Anfänger das Bergsteigen lernen? Und außer schwachsinnige Antworten, wie ja gar nicht, habe ich heute, bis heute noch nichts gehört, was mir tatsächlich als befriedigende Antwort Antwort genügen würde. Nur Scheiß, sonst höre ich nichts. Und ich frage mich ehrlich, ob das so sein muss und ich frage mich, ob wir nicht endlich mal von diesem elitären Gedanken abrücken können und sagen können, wir sind alle eine große Bergsteigergemeinschaft und wir sollten aufhören, uns zu teilen, denn wir sind keine riesige Gesellschaft, sondern wir sind eigentlich nur ein kleiner Teil von Menschen. Und wieso funktioniert es nicht, dass wir als ein kleiner Teil von Menschen einfach gemeinsam etwas machen? Wir müssen am Berg bei Leibe nicht alle Freunde sein, aber immer, wenn jemand Unterstützung braucht, immer, wenn jemand so aussieht, als hätte er eine Frage oder hat Unsicherheiten im Weitergehen, im Umgehen mit einer gewissen Situation, dann sollten alle, die privilegiert sind, die mit den Tatsachen umgehen können oder mit den Umständen umgehen können und mit einer Situation zurechtkommen, mit der ein anderer nicht zurechtkommt. Erstens, mal selber sehr froh sein, dass man selbst zurechtkommt, das ist jetzt mal eine ganz scharfe Aussage, aber sollten erstmal sehr, sehr arschfroh sein, dass sie damit zurechtkommen, im Gegensatz zum anderen, denn es ist keine lustige Situation für die andere Person und zweitens, sollte eine Hilfestellung nicht damit beginnen, dass man dem anderen erklärt, wie inkompetent er ist. Denn ich frage mich, auch wenn hier jetzt, auch wenn nicht alle Bergsteiger auf der Welt wahrscheinlich Pädagogen sind, ich frage mich, wie man auf die Idee kommt, dass es in irgendeiner Weise sinnvoll oder hilfreich ist, wenn man Menschen erklärt, dass sie zu dumm sind, auf diesem Berg zu stehen, obwohl sie gerade in diesem, just in diesem Augenblick auf diesem Berg stehen und jetzt einfach vor einem Problem stehen, das sie nicht lösen können. Und ich bleibe dabei, was diese zwei Fragen, auf diese zwei Fragen hätte ich ebenfalls gerne eine Antwort. Erstens, was bringt es, wenn ich herab, wie ein herablassendes Arschloch, einem Menschen erkläre, dass er auf einem Berg nichts verloren hat? Das ist die Frage Nummer eins. Und zweitens, wieso nutze ich diesen Hass und diese Energie nicht dafür, um diesem Menschen weiter zu helfen? Es ist tatsächlich deutlich seltener der Fall, dass unerfahrene Bergsteiger erfahrene Bergsteiger in Gefahr bringen, als man das in den Medien oder in den sozialen Medien oder sonst wo hört. Gerade von Bergführern, die meinen ja immer, dass die unerfahrenen Bergsteiger die Erfahrenen in Gefahr bringen. Das ist auf manchen Bergen tatsächlich der Fall, aber auf den meisten ist es das nicht. Auf den meisten Bergen ist das vollkommen scheißegal, wenn ein unerfahrener Bergsteiger ein Problem hat. Es gibt Ausnahmen wie am Matterhorn, wo der Steinschlag sehr enorm ist und dann eben die unteren Bergsteiger in Gefahr bringen kann, wenn dieser ausgelöst wird. Aber ehrlicherweise muss man sagen, ich kenne Fälle, da ist am Matterhorn auch den erfahrensten Bergsteigern schon genug passiert. Es sind schon viele Bergführer am Matterhorn gestorben, nicht wegen dem Gast, sondern wegen ihm selbst. Und ich frage mich immer noch, wie man diese Dekadenz und diese Einbildung haben kann, dass man selbst vollkommen fehlerlos ist. Und ich möchte da jetzt an dieser Stelle auch noch einfügen, ich höre immer wieder von Bergsportlern und von Bergführern, die beim Eisklettern, beim Sportklettern, beim Alpinklettern, bei Skitouren, beim ganz normalen Bergsteigen entweder tödlich verunglücken oder schwer verletzt sind. Ganz auf eigene Kappe, ganz selbst und eigenverantwortlich, ohne dass jemand anders daran schuld ist. Aber dann frage ich mich gleichzeitig, wie genau diese Menschen sich bitte erlauben können, so über Anfänger zu sprechen. Und gerade Anfänger sollten eigentlich einen extra geschützten Raum bekommen und ich verteidige das nicht. Ich möchte das ganz klarstellen. Ich verteidige nicht, wenn man Bergsteigen ausprobiert in Gebieten, in denen man das nicht tun sollte. Ich empfehle keinem Anfänger, jetzt einfach auf den Großglockner zu gehen, weil Fehler sollte man mal machen. Denn es gibt einfach Berge, da ist es zu gefährlich, unerfahren zu sein. Aber es gibt ganz, ganz viele Berge, auf denen es erlaubt ist, unerfahren zu sein. Es ist vielleicht nicht unbedingt erlaubt, jeden Scheiß zu machen, aber es ist erlaubt, nicht perfekt zu sein und kein Bergsportprofi zu sein. Und gerade diese Eigenschaft ist wichtig, denn wenn man in diesem geschützten Rahmen unterwegs ist und wenn man auch weiß, dass um einen selbst herum Menschen sind, die einen vielleicht unterstützen würden oder helfen würden, wenn man in eine problematische Situation gerät, dann traut man sich viel mehr zu. Man traut sich vielleicht nicht mehr und das ist vielleicht auch gut so, denn Bergsport ist gefährlich, aber man traut sich mehr zu. Und ein Appell an alle Bergsportanfänger, schließlich ist die Alpenmecademy auch hauptsächlich ein Kanal, der sich für Anfänger einsetzt einsetzt und mit den Anfängerthemen auseinandersetzen möchte. Ein wichtiger Tipp für alle Anfänger, lasst euch von einem Profi, einem vermeintlichen Profi, es sind zu 99% vermeintliche Profis, nicht einschüchtern. Niemand hat das Recht, einem Menschen zu sagen, dass er auf einem Berg nichts verloren hat. Der Berg entscheidet das ganz selbst. Der Berg entscheidet das. Das entscheidet nicht der Mensch, der einen bewertet. Und wenn man selbst merkt, man bringt vielleicht andere in Gefahr durch das eigene Handeln, dann sollte man einlenken, dann sollte man fragen, dann sollte man überlegen, was kann ich jetzt tun, um auch es den anderen leichter zu machen. Und es gibt Situationen, da bin ich selbst natürlich auch manchmal frustriert. Also ich erinnere mich an den letzten Abstieg vom Großglockner Normalweg. Das war unglaublich frustrierend an manchen Stellen mit sehr, sehr langsamen, unsicheren Bergsteigern vor mir. Aber ich gebe euch Anfängern, möchte ich hier jetzt sagen, die Tatsache, dass ich deswegen frustriert bin, sollte euch egal sein können. Denn ihr seid in einem Rahmen, in dem ihr euch ausprobieren sollt und in dem ihr Erfahrungen sammeln sollt. Und ausprobieren bedeutet nicht, das möchte ich jetzt hier betonen und ganz dick unterstreichen, ausprobieren bedeutet nicht, ich probiere jetzt einfach den schwersten Berg, den ich finden kann, weil er schaut sehr schön aus. Sondern ausprobieren bedeutet, ich probiere mal vorsichtig, ob dieser Tritt hält. Ich probiere vorsichtig, ob mein Schuh auf dieser Reibungsplatte noch hält oder ob ich woanders hinsteigen soll. Und das kostet Zeit. Und diese Zeit müsst ihr euch nehmen. Ihr müsst sie euch nehmen. Denn wenn ihr sie euch nicht nehmt und euch stressen lasst, dann kommt es zu Unfällen, dann kommt es zu Problemen, dann kommt es zu Stress und vor allen Dingen, es kommt zu einem wirklich deutlich schlechteren Erleben. Und deswegen empfehle ich, so ironisch es klingt, den Anfängern nicht die typischen Modeberge, sondern vor allen Dingen die einsameren Berge. Wobei man natürlich sagen muss, dass hier dann die größeren Gefahren in Bezug auf, vielleicht auf Rettung oder auf Infrastruktur bestehen. Das ist dann eben ein Kompromiss, den man machen muss. Aber gerade diese sehr hochfrequentierten Berge, auf die jeder mal rauf muss, ich denke da an Großvenediger, ich denke da an Großglockner, ich denke da auch an schwierigere Berge wie das Matterhorn oder den Mont Blanc. Diese Berge sind prädestiniert dafür, dass sie euch das Bergsteigen versauen. Nicht unbedingt, weil sie, nicht unbedingt wegen ihrer Schwierigkeit, sondern wegen der Tatsache, dass viele Leute dort sind, die meinen, dass sie Experten sind. Und auf den einsameren Bergen hat man oftmals auch die Bergsteiger, die nicht so viel von sich halten. Denn gerade wenn wir jetzt nochmal den Kreis schlagen und zurückkommen zu den sozialen Medien, dann muss man schon festhalten, dass die Menschen vor allem dann in den sozialen Medien präsent werden, wenn sie mit Bergen, ich sage jetzt mal, sich präsentieren können, die sehr bekannt sind. Denn, ich weiß nicht, also Bilder von einem Berg, den kein Mensch kennt, egal wie hoch oder wie weit die Strecke ist oder wie gefährlich der Berg ist, die kommen in der Regel nicht so gut an wie Bilder vom Matterhorn, vom Großglockner, vom Mont Blanc oder sonst was. Und deswegen kann man auch davon ausgehen, dass viel weniger Selbstsüchtige oder viel weniger Narzissten und Egoisten auf diesen Bergen unterwegs sind. Natürlich nicht ausgeschlossen, aber ich denke mal, dass die Frequenz und die Dichte der Menschen hier auf diesen Bergen etwas besser ist. Das Thema Hass am Berg ist wahrscheinlich eines, das uns in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen wird. Und ich verstehe die Ansichten der Profibergsteiger, ich verstehe die Ansichten der langjährigen, eingesessenen Bergsteiger und ich verstehe die Ansichten und Probleme der Anfänger. Ich kann jede Position nachvollziehen, doch es ändert nichts. Es wird nicht darauf hinauslaufen, dass eine dieser Gruppen vom Berg verschwinden wird. Und ich sehe es auch als kulturellen Kahlschlag, wenn wir Menschen in privilegiert und nicht privilegiert einteilen, in einer so natürlichen und schönen Sache wie den Bergen. Hier sollten wir nicht anfangen, Menschen in Gut und Böse oder in Gut und Schlecht einzuteilen, sondern hier sollten wir auf Gemeinschaft setzen und darauf, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben. Wir nicht um die Wette laufen, wir nicht bewerten und das weder im Vorhinein noch im Nachhinein. Und das allerletzte ist es, Menschen, die in einer Problemsituation sind, zu beschimpfen oder zu beleidigen oder zu diskreditieren. Und deswegen denke ich auch, dass Bergretter die deutlich besseren Bergsteiger sind als die Bergführer. Denn ein Bergführer bringt dich vielleicht sicherer auf einen Berg, aber er strahlt eine so große Arroganz, nicht alle, um Gottes Willen, nicht alle, aber er strahlt so eine große Arroganz gegenüber vielen anderen Bergsteigern aus. In der Art, wie er mit ihnen spricht und wie er mit ihnen umgeht. Aber auch Bergsteiger, die keine Bergführer sind, sondern sich einfach für privilegiert halten. Der Bergretter hat einen deutlich sozialeren, aufgrund seiner Ausbildung, einen deutlich sozialeren Zugang. Und den Bergretter interessiert es nicht, aus was für einer Situation du nicht rauskommst. Denn jeder Mensch macht mal Fehler und jeder Mensch ist mal in einer Problemsituation und der Bergretter hat dafür in der Regel mehr Verständnis als ein Bergführer oder ein erfahrener Bergsteiger. Schauen wir uns deshalb was von den Bergrettern ab. Werden wir wieder etwas sozialer auf den Bergen? Werden wir etwas sozial kompetenter? Es liegt nicht jedem. Aber es wird auch schon reichen, wenn wir einfach darüber nachdenken, wie es dem anderen gerade geht, in einer Situation, für die er einfach nicht gemacht ist und sich nicht selbstverschuldet da hineingebracht hat, sondern einfach einen Fehler gemacht hat und einfach übersehen hat, dass der Berg vielleicht zu schwer ist. Und wir könnten doch einfach versuchen, diesem Menschen aus dieser Situation zu helfen, ihm einen guten Ratschlag zu geben, und dann zu sehen, was dieser Mensch weiterhin macht. Er wird es uns jedenfalls mehr danken, als wenn wir ihm erklären, dass er ein Vollidiot ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch diese Podcast-Episode gefallen hat. Ihr könnt uns gern eure Meinungen und eure Ansichten bei YouTube in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt sie an kontakt at alpenacademy.at per Mail. Diese Kommentare und Meinungen können wir dann auch gerne im nächsten Podcast intensiver aufgreifen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander, bergheil. Ichęse। und klack- 找 wake nach ausatmen�er.